Hallo, hier ist wieder Klaus von der älteren Generation, der Baby-Boomer auf dem Wikisandlife und ich beheiße Sie willkommen auf dem Kanal Rohr wie du bei Sida. Gerade habe ich meine 10.000 Schritte absolviert und auf dem Rückweg den kleinen Einkauf mitgebracht, den ich jetzt gleich zeige. Das war es auch schon, und schüss Leute. Der Einkauf des Tages, Kakao-Express, Bananen, Kohlrabi, dann eine Ingwer und einen guten Rucola-Salat und einmal Sujamilch.